Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war die treffendste Beschreibung, die man hätte geben können Schmeckt Da kommt der erste Sprecher. Da habe ich im Herbst nichts zu resten, weil wer nicht sät, der nichts wüsste. So, im Sommer auf Weigenden Acker, ja, kann ich auch nicht. Wenn die mir die Ernte kleinrollen. Und im Herbst muss ich sie haben zum Ernten. Kettenhemd heißt ja nicht ohne Grund auch Springhemd. Weil es aus vielen kleinen Ringen gemacht ist. Kettenhaube, Kettenhemd und die Kettenbeine darunter. Kettenhemd 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 Kettenhaube, Kettenhemd 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.